die Leiter der Auslösung um links wir haben die haben das eine richtig vor der Welt von ehrlich er war auch Freude oder ich glaube so eine neue Erechtern des Prozent geht es in die hessischen Fehl wieder dran wir haben beide gefunden von Nachwege sucht haben wir trennen sie von den Wegen nicht wahr Weißt du, für mich war es eine sehr schöne Zeit. Ja, ja, so Zombies und so töten war schon geil. Bald wieder Karnevalbeginn. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen Kram? Wir haben auf jeden Fall ein Karneval vor uns. Guck mal, die wollen Linken loswerden. Ja, die sind auch doof. Eine Birne. Ha, let's play. Ha, passvoll. Yo, let's play. Let's play. Yeah. Danke. Oh, Schwestern, Bruder. Feuerwerk. Ja. Es ist vorbei. Noch Mucke. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Äh, auf jeden Fall nicht das Special verpassen. Das Super Special. Echt geil, Super Special. Ich weiß zwar nicht, was wird, aber es wird bestimmt geil. Da, Musikcomposer Koji Kondo, yeah. Was ist das denn für einer? Kennst du nicht? Ja, der hat die ganze Musik erfunden und so. Hört sich für mich an wie so ein, ähm, ne? Hatschi. Wie einer, der so Tetrapaks einfüllt. So ein, so ein 0815, äh, Asiat, oder was? Ja, yeah, man. Die geben wir voll hin. Yeah. Geil. Ja, da könnt ihr euch nochmal den Abspannierab angucken, ne? Was da so Tolles passiert. Werden die Orte nochmal gezeigt? Ja, also, nach meiner Meinung, der beste Zelda-Teil, der auf dem Markt ist, wie ich bereits schon gesagt hatte. Ja. Ja, obwohl Link to the Past und Ocarina of Fire mir auch nicht so kacke waren. Ne, ne, die waren ja auch ganz gut. Nur, das ist halt, da kannst du am meisten machen. Ja. Und der ist auch mit Abstand am schwierigsten, der Teil. Also, nein, wenn du alles holen willst, dann schon. Ich hab ja jetzt jedes, äh, Item geholt. Ja, 100%? Hast du 100% das Spiels? Ja, ich glaub schon. Unglaublich. Ich glaub, ich hatte vielleicht 40%. Ja, ne, 50% hast du dann, denk ich mal, wenn du durch bist. Die restlichen sind dann Herzteile. Ja, das war schon, das ist der Ansichtssache. Ähm, irgendeinen hab ich gesehen, der zockt auch Ocarina of Time und hat nur drei Herzteile. Obwohl er schon sauübertrieben weit ist. Weil er schon so ein Problem spielt. Äh, Looks, Looks Like Link heißt der. Genau, wir machen eine Verwerbung für den. Und für den Postboten da. Der Postbot ist, äh, abonniert den Postboten. Ja. Ich geb euch noch einen Link zu dem. Auf jeden Fall. Ach nee, da sind die behinderten Tänzerinnen. Ich hab denen, äh, das Lied da gar nicht beigebracht in dieser Zeitebene. Voll, voll komisch. Ja, aber dann, äh, ne? Ja. Da, die, die vier Lesben. Ja, fünf. Fünf Lesben, genau. Pro Tempel und einen in der Stadt. Oh, scheiße, ey, ich hoffe mal, dass... Oh mein Gott, wie lange geht denn so ein Kack-Abstahl? Ja, ich hab nur nur drei, äh, Gigabyte. Ob das reicht? Weiß ich nicht. Ba, 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 la, la, la. Da, die Bombenverkäuferin, die Outata-Frau. Outata! Ist ein, genau, ist ein Insider-Gang. Wo ist denn der hier, der Bettler mit seiner UV-Lampe? Der wird, glaub ich, auch nochmal gezeigt. Outata! Outata! Outat! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020